Wenn die Bäuerin komisch zuckt, hat sie vielleicht Arscher verschluckt. Stirbt der Bauer schon im Mai, wird ein Fremdenzimmer frei. Stirbt der Bauer Anfang Mai, ist der Mai für ihn vorbei. Stirbt der Bauer im Oktober, braucht er im Winter keinen Pullover. Kotzt der Bauer übern Trecker, war die Brotzeit nicht sehr lecker. Bringt der Winter Eis und Schnee, friert des Bauern kleiner Zeh. Steigt das Frühjahr dann herab, liegt der Zeh schon längst im Grab. Liegt der Bauer auf der Gabi, haut seine Frau ihn mit Kohlrabi. Liegt der Bauer auf dem Knecht, ist ihr dieses auch nicht recht. Furzt der Ochse hemmungsfrei, gibt es Smog-Alarm der Stufe 3. Kräht der Bauer auf dem Mist, hat der Hahn sich grad verpisst. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich's Wetter, oder es bleibt wie es ist. Das ist... Untertitelung des ZDF, 2020